Hallo zusammen. Im heutigen Video haben wir ein sehr wichtiges Wort mit vielen Bedeutungen. Heute lernen wir das Wort los kennen. Da haben wir die erste Bedeutung von los. Etwas ist los bedeutet etwas ist nicht mehr fest. Beispiele dafür. Der Hund ist von der Kette los. Der Hund ist nicht mehr fest. Der Knopf ist los bedeutet der Knopf ist nicht mehr fest. Los kann hier auch eine übertragene Bedeutung haben wie zum Beispiel Bei ihm ist wohl eine Schraube. Los bedeutet er ist wohl nicht ganz normal. Da ist der Teufel los oder da ist die Hülle los. Das bedeutet da herrscht Chaos. Da haben wir eine zweite Bedeutung von los. Etwas ist los bedeutet etwas besonderes geschieht. Beispiele dafür. Was ist denn los bedeutet was ist denn geschehen. Hier ist etwas los bedeutet hier geschieht etwas besonderes. Wir haben auch mit dir ist doch etwas los bedeutet mit dir stimmt doch etwas nicht. Was ist denn mit dir los bedeutet was fehlt dir. Mit ihm ist heute nichts los bedeutet er ist heute nicht in Stimmung. Da bedeutet los etwas besonderes geschieht oder wenn es negiert ist dann haben wir das Gegenteil nichts besonderes geschieht. Da haben wir die dritte Bedeutung von los. Etwas jemanden los sein bedeutet von etwas von jemandem befreit sein. Da verlangt los Akkusativ. Beispiele dafür. Er ist seine Krankheit endlich los bedeutet er ist von seiner Krankheit befreit. Sie kann ihre Schulden nicht los sein bedeutet sie kann sich von ihren Schulden nicht befreien. Sie wollten den lästigen Gast los sein bedeutet sie wollten den Gast nicht mehr haben. Da sehen wir das Los sein hier Akkusativ verlangt seine Krankheit, ihre Schulden und den lästigen Gast ist hier Akkusativ. Wir haben noch eine andere Bedeutung von Los sein mit Akkusativ. Etwas jemanden los sein bedeutet etwas jemanden verloren haben. Beispiele dafür. Ich bin meinen Schirm los bedeutet ich habe meinen Schirm verloren. Das ganze Geld bin ich los bedeutet ich habe das ganze Geld verloren. Wir haben los als Ausruf. Los bedeutet hier vorwärts schnell. Beispiele dafür. Los mach schon bedeutet schnell mach schon. Los doch schnell. Los erzähl schon was gewesen ist. Da haben wir los als Ausruf verstärkt mit schon oder doch. Da bedeutet los vorwärts schnell. Man kann los mit Verben fänden los als Präfix und los hat hier verschiedene Bedeutungen. Eine erste Bedeutung los kann hier der Beginn einer Handlung sein. Beispiele dafür. Los laufen, los rennen, los springen, los weinen. Da haben wir den Beginn von der Handlung. Los weinen bedeutet zum Beispiel hier jemand beginnt zu weinen. Da haben wir den Beginn von der Handlung. Los kann auch die Richtung auf ein Ziel hin bedeuten. Beispiele dafür. Los gehen, los fahren, los laufen, los rennen. Sie haben ein Ziel und sie rennen zu diesem Ziel. Und diese Bedeutung drückt hier los aus. Eine dritte Bedeutung von los als Präfix ist eine Trennung. Beispiele dafür. Los binden, los lösen, los schrauben, los trennen. Da bedeutet los mit dem Verb, dass wir hier eine Trennung haben. Los lösen bedeutet sie haben etwas von etwas anderem getrennt. Eine vierte Bedeutung von los haben wir hier. Los als Präfix bedeutet die Befreiung aus einer bedrängten Lage. Beispiele dafür. Los kaufen, man kauft sich los, man kauft sich frei, man befreit sich aus einer bedrängten Lage. Los werden, also man wird etwas los, los laufen. Das war los als Präfix, los vor einem Verb. Los können wir auch nach bestimmten Wörtern haben. Das ist dann los als Suffix und los bedeutet hier ohne Beispiele dafür. Das waren sehr wichtige Bedeutungen von los. Und das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.